Das ist der 98er K-Rank Jamilaser Karabiner Er wurde eingesetzt im 1. und 2. Weltkrieg Hier vorne kann man noch ein Bajonet draufstecken Und wir werden jetzt einfach mal testen, wie das beißt Mal gucken Die Ladesfunktion geht schon mal gut Wir werden hier super super gut in das System Hier ist das System natürlich das eine der Menschen Der ist gleich an den Boden Verdichten liegen Verdehen liegen Von der OOOOH 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 Alter Lack Kann ihn überdreht abwinden Ach